Morgen und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute das große Thema wieder mit NFT. Ich habe letztens schon ein Video rausgebracht. Heute bringe ich jetzt mal auch noch auf schnell ein Video zusätzlich nochmal raus. Falls der ein oder andere das noch nicht mitbekommen hat, der YouTuber Ice Poseidon ist ein großer YouTube-Kanal mit 740.000 Abonnenten derzeit. Letztes Video wurde vor vier Monaten hochgeladen oder sechs Monaten. Also da auf dem Kanal passiert nichts mehr. Ja, dieser Typ, der wurde erstmal auf Twitch erstmal gebannt, weil er halt eine Bombenprank im Flugzeug gemacht hat. Ist auch verständlich. Gehört sich sowas auch nicht zu machen. Dementsprechend auf Twitch gebannt. Nun hat er aber halt in dieser News hier, kann ich euch gerne auch nochmal unten mit verlinken, hat er irgendwann mal erzählt, gerade wegen Kryptos und so alles, geht es einfach nur darum, dass auf Kryptowährungen, dass man, wenn man auf andere hofft, dass die Leute darin investieren, ist es im Endeffekt so, dass es ein Spiel für Verlierer halt ist. Lieber bringt man seine eigene Kryptowährung raus, bringt seine Community irgendwie da rein und dann hat derjenige, der es rausgebracht hat, halt dickes Geld gemacht. Und das hat er als Spaß damals gesagt im Interview. Nun das Ding ist folgendermaßen, und solche Leute regen mich dann tierisch auf, die diesen ganzen Scheiß einfach kaputt machen, was irgendwie gut ist für unsere, ich sag mal Zukunftstechnik, wie auch immer, allgemein Bitcoin-Bezahlsystem oder allgemein die Technik manchmal, in welchen Kryptoprojekten, die dahinter sind, soll sehr gut vorangehen, aber es gibt halt solche Leute wie diesen Ice Poseidon, der dann dementsprechend sich ein Coin erstellt hat, den CX Coin, hat dann gesagt, ey, ich zeige euch, wie das hier geht, nicht wie andere Leute, die das nicht hinkriegen, ich kann hier eine Community aufbauen und so alles. Ich zeige euch einmal kurz nochmal vorweg, die Seite von ihm, geht da bitte nicht drauf, kauft den Coin nicht, der ist tot, der ist Ende, da wird dir nichts mit an Gewinn machen. Bitte wirklich, wie gesagt, nicht investieren. Das war seine Seite, die er besessen hat, der CX Coin, auch aufgebaut, wieder ein Hundekoin und allem drum und dran. Dementsprechend ein bisschen aufgelistet hier, wie für Burner Wallet und dies und jenes, aber das hat alles nicht gestimmt im Endeffekt. Er hat den Coin rausgebracht, hat natürlich einiges an Coin besessen, dementsprechend haben die Leute gekauft. Bitte, vertraut keinen einzigen YouTuber, der euch irgendwas erzählt, investiert bitte da oder investiert bitte da, auch selbst bei mir. Ich bringe das zum einen halt meine Erfahrung oder meine, ich möchte ja gerne mein Portfolio auch ein bisschen euch näher bringen, was ich halt dann mache. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn es nicht, dann klappt es nicht, aber ich zeige euch das halt, was ich dann in der Zeit halt mit Kryptos halt mache und am besten, ihr macht eure eigene Recherche. Wenn ihr darüber investieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Ich sage es aber immer wieder, ich bin kein Finanzberater, bin kein Anlagenberater. Das ist halt alles auf meine Recherche. Ich probiere es. Wenn es klappt, ist gut, aber ich animiere auch wirklich keinen dazu, wirklich das zu machen. Ich kann zum anderen halt auch die Videos halt sein lassen, aber dann im Endeffekt manchmal zu erzählen, oh ja, ich habe jetzt einfach letztes Mal da investiert, ist jetzt 200x gewesen, habe damit Geld gemacht, kann man ja immer wieder erzählen. Klar kann man es irgendwo auch beweisen, aber ich will es halt im Vorfeld dann schon sagen. Okay, ich habe es gemacht, steht schon fest. Entweder wird es mehr oder es wird halt weniger, aber ihr wisst halt schon ein bisschen Bescheid, was bei mir im Portfolio halt abgeht. Und dieser Typ hat das halt quasi jetzt gemacht mit seinem eigenen Coin, hat dann halt eine Roadmap reingeschrieben und in diesem Video halt, wie ihr das halt rüberbringt, ich zeige euch hier mit dem CX-Coin, ich helfe dir dabei und wir werden das dann hinkriegen und dies, das, jenes. Leute haben investiert, er hat ausgecashed. Er hat glaube ich 450.000 Euro sich in die Tasche gesteckt, dann kam dann irgendwie ein Anruf zu ihm, dass er es vielleicht zurückgeben soll, er möchte es nicht zurückgeben, er muss ja selber gucken, wie er lebt und so allem drum und dran. Ich glaube, im Endeffekt hat er 40.000 Euro vielleicht glaube ich irgendwie zurückgegeben oder sowas ein bisschen im Gegensatz zu vieles anderem. Dementsprechend können wir eins auch nochmal mit dem Kurs halt gucken. Hier fing es circa halt an, dementsprechend einmal im Peak nach oben gegangen um das, mehr als das Doppelte quasi, hat halt vieles verkauft. dementsprechend und seitdem halt ist es halt nur so ein Seitwärtstrend. Geht jetzt hier halt einmal wieder brutal nach oben. Aber ich sage euch, so wie es halt ist, kauft keinen Coin von irgendeinem YouTuber, lasst es. Die ganze NFT-Sache, die beworben wird von anderen YouTubern und sowas, lasst es. Macht eigene Recherche, euer eigenes Ding, hört nicht auf andere Leute, auch wenn es vielleicht irgendwo, dass ihr da vielleicht Plus gemacht habt oder was, weiß ich nicht, liegt eventuell daran, weil ihr vielleicht die Ersten gewesen seid, die die Nachrichten von dem dann mitbekommen haben, die investiert haben und die anderen sind nach eingestiegen. Kann gut sein, aber wirklich, wenn ihr in Kryptowährungen investiert seid und allen drum und dran, ihr wollt da, ich sage mal, mehr Geld daraus machen, dann macht wirklich eure eigene Recherche. Kommt bei mir auf den Discord-Server drauf, lest euch die ganzen News, es ist tagtäglich, kommen da News rein und so von Kryptos und allem Schnickschnack. Ich kann das euch einmal hier gerne nochmal zeigen, hier auf der linken Seite ein Whale Alert habt ihr, wo diese ganzen Wahlen ihre Kryptos hin und her schieben. Würde ich aber euch raten, stumm zu schalten, da geht jede Minute mal was ab. Von Elon Musk speziell Tweets, von Coins quasi Tweets, von Börsen, von Swaps-Seiten, von quasi Influencern, das heißt aber dementsprechend Influencern, habe ich gesagt von CEOs, von den ganzen Börsen dementsprechend, dass die halt hier aufgelistet worden sind, Krypto Tweets, deutsche News, englische News und dann halt noch Bitcoin-Meme noch da reingepackt und natürlich News Chat, wo ihr halt selber euch dann nochmal unterhalten könnt mit den anderen Leuten. Discord ist noch ein bisschen kleiner gehalten, es ist noch nicht da viel so passiert, aber ja wirklich sehr viele News da. Das ist der erste Punkt, den ich euch sagen kann, den ihr halt nutzen könnt, um erstmal in Krypto irgendwie reinzukommen. Dann dementsprechend, klar kann man dann CoinMarketCap gucken, was da für Coins gibt, was für eine Technik dahinter steckt und dann auch über andere Plattformen gucken, was machen die andere YouTuber, bringen dazu noch gesondert Videos raus, was das halt alles ist, was für Updates demnächst rauskommen, mit welchen Börsen die teilweise gelistet werden und sowas. Da fangt ihr erstmal mit sowas halt an, aber bitte, hört auf keinen YouTuber, hört auf keinen, keine Ahnung, welchen Influencer immer auch immer, wie gesagt, eigene Recherche betreiben. Dementsprechend habe ich schon genug erlebt, dass Leute kamen und haben gesagt, ey, ich habe 1000 Euro, wo soll ich investieren, um Geld zu machen? Das ist die Frage. Und dann ist meine erste Antwort, ich sage dir ehrlich gesagt, nimm die 1000, pack auf dein Girokonto und lass es, geh raus aus Krypto, wirklich. Wenn ihr wirklich dabei seid und ihr wollt echt nur das große Geld machen, quasi ihr wollt wirklich nur das wissen, wo man investieren soll, damit man das größte Geld macht, dann seid ihr falsch. Klar dauert es ein bisschen, um Geld zu machen, je nachdem geht das auch manchmal ein bisschen schneller, weil die Kurse bei Kryptos auch sehr stark schwanken, dementsprechend. Klar will jeder irgendwo ein bisschen Geld mitmachen, man investiert aber auch in Projekten, die wirklich zukunftsorientierter sind. Solche Sachen wie Dogecoin, Shiba Inno und den ganzen anderen Inno-Quatsch und so alles, das ist jetzt nicht, wo ihr sagt, ich investiere da Geld, der Shiba Inno kostet ein Zehntausendstel Euro oder sowas, dementsprechend, vielleicht wird er ja mal so einen Wert haben wie Bitcoin, wird es nicht passieren. Warum? Überlegt mal, was für Market Cap in Shiba Inno drin steckt, was für Market Cap in Bitcoin drin steckt und wenn ihr wirklich genau den gleichen Preis haben müsst, dann müsste ja quasi bei Shiba Inno so viel Geld noch reinfließen, das ist aus dem jetzigen Stand unmöglich, dass der überhaupt diesen Preis erreichen wird. Dementsprechend, wie gesagt, kann man viel darüber quatschen, wie gesagt, eure eigene Recherche machen. Wenn irgendwas ist, kommt einfach auf meinen Discord Server, quatscht da mit den anderen Leuten, ich kann euch gerne auch ein bisschen Hilfestellung geben, so die Anfangsinvestitionen oder wie auch immer, was man da vielleicht machen kann oder sowas. Ich habe da schon ein, zwei Videos auch rausgebracht, bei solchen Videos bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, immer was zu erzählen. Da sage ich dann lieber, ey, wenn du wirklich in Kryptos investieren möchtest, dann kauft ihr vielleicht Bitcoin, kauft die Ethereum, kauft so die größten Coins, die vielleicht auf dem CoinMarket Cap als erstes gelistet sind, dann macht ihr schon nichts falsch, gerade mit Bitcoin und Ethereum macht ihr eh gar nichts falsch. Und wenn ihr auch nur Bitcoin besitzt, ist auch in Ordnung. Aber wenn ihr dann sagt, okay gut, ich gehe jetzt einfach in den Shiba Inno rein und ich behalte den und ich denke mal für die Zukunft, dann ja, habt ihr den Sinn dann nicht ganz richtig verstanden, worum überhaupt Krypto entstanden ist, dementsprechend. Aber gut, jeder möchte gerne so machen, wie er es möchte. Von daher wollte ich das euch mal kurz erklären hier mit dem IC Poseidon. Wie gesagt, hat seine ganze Community gescampt, es geht nicht mehr, hat schön die Taschen voll gemacht, 450.000 Euro circa und allem drum und dran. Darum gerade sowas hier, einen Coin rausgebracht. mit den NFT ist es genau das Gleiche, gibt es auch als Scam, es geht nicht mehr. Gerade die Coins, die neu erschaffen worden sind, auf der Binance Smart Chain, sind zu 99,9% Scam. Sind wirklich zu 99,9% Scam. Warum werden die auf die Binance Smart Chain gemacht? Weil die Transaktionen günstiger sind, Leute können eher investieren, anstatt wenn man es auf dem Ethereum Netzwerk macht. Gerade wenn ihr erst die 20 Token halt swappen wollt, auf Uniswappen, allen drum und dran, da zahlt ihr so viel an Gebühren gerade. Machen die vielen halt nicht, weil du brauchst auch Liquidity da drin und allem Schnickschnack. Deshalb machen die meisten immer auf Binance Smart Chain. Es gibt auf Telegram, könnt ihr euch eine Pancake Swap Bot installieren quasi, der sagt dann bei Pancake Swap, okay gut, oder bei Dex Tools quasi, okay, auf Binance Smart Chain sind jetzt gerade neue Kryptowährungen rausgekommen mit so viel Liquidity, da heißt so viel, der Token Link dazu und alles wird aufgelistet. Da seht ihr, jede Minute kommt immer neue Kryptowährungen, immer bei Binance Smart Chain, bei Ethereum mittlerweile weniger. Ist trotzdem aber vieles mit Scam. Deshalb, wie gesagt, eine Recherche betreiben, am besten auf keinen anderen hören, was an sich immer nicht verkehrt ist, andere Meinungen zu hören, was die dazu sagen, zu welchen Kryptos und was die ihre Meinung dazu geben und im Endeffekt kann man dann immer noch entscheiden. Aber zu sagen, ey, boah, das ist mein Lieblings YouTuber, der hat einen Coin rausgebracht, ich butter mein Geld rein. Fertig aus. Total die falsche Angehensweise. Dementsprechend, denke ich mal, war es mit diesem Video. Kleine Erinnerung, dass wieder der nächste YouTuber quasi, oder das ist eigentlich der erste öffentliche, der da mal wirklich richtig krass abgezogen hat vor ein paar Tagen. Dementsprechend, passt da lieber auf und sonst, wie gesagt, Videos sind abgedreht für die nächsten Wochen, also ihr kriegt Content für Cointracking und für Helium und ich versuche jetzt die nächsten Tage weitere Videos zu machen, vielleicht schaffen wir auch drei Videos die Woche, also zwei Wochen immer, also zwei Videos die Woche ist immer safe, kommt immer raus und mal gucken, was in der nächsten Zeit noch kommt und von daher, genießt den Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.